Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute gibt es mal ein Infovideo. Wir zeigen euch heute eigentlich gar nichts, sondern ich habe da so ein Projekt vor mit euch. Ihr sendet mir ein paar Fotos von euren besten Lawriders, also die schönsten, auf meine E-Mail-Adresse. Die werde ich im Video verlinken. Und ja, ihr könnt natürlich auch einen kleinen Videoclip machen mit dem Editor über euer Auto. So einen richtig kleinen, coolen, so braucht ihr nur eine halbe Minute oder so gehen. Und dann ladet ihr den auf euren Kanal hoch, aber macht den auch nicht gelistet, dann kann ihn nämlich keiner angucken. Und dann geht ihr auf Videoclip, ja, ihr geht nicht auf Videoclip, ihr geht, ähm, ja, wisst ihr was, ihr macht den, nee, ihr macht den öffentlich und, ähm, ja, Thomas hat das Maul, der labert schon wieder so eine Scheiße im Hintergrund. So, und dann, wenn ihr das öffentlich gemacht habt, dann, ähm, kopiert ihr oben die, äh, ja, die Adresse von der, äh, Seite und, ähm, tut die mir, tut die mir mal in die, ähm, Kommentare. So, und dann, äh, kann ich euer Video downloaden und in die Top 3, ähm, besten, ähm, Autos, ähm, da machen wir so ein Video und da kommen dann die Top 3 besten Autos drin vor. Ähm, ja, da werden halt, ihr könnt mir so viele Autos schicken, wie ihr wollt und dann die besten 3 werden aufgelistet, falls ihr einen guten YouTube-Kanal habt, ähm, auf dem ihr, ähm, vielleicht, ja, schon so, ähm, 50, 60 Abonnenten habt, ähm, der, den könnt ihr mir auch noch in die, äh, Kommentare tun, der wird dann natürlich auch noch, ähm, ja, im Video, unten, ähm, ja, im Video wird er erstmal nochmal verlinkt, na, ne, der wird in der Beschreibung verlinkt. Ja, und dann machen wir noch, das ist ganz wichtig, wir machen, ähm, erstmal diesen Monat, es steht zumindest fest, ähm, jeden, ähm, Samstag, ne, jeden Freitagabend, ähm, einen Lawrider treffen, da, ähm, müsst ihr mir halt eine Freundesanfrage senden, meine Online-Hids in der Beschreibung und, wenn ihr mitmachen wollt, dann, wir fahren in der Stadt nach Straßenvorschriften mit den Lawriders, äh, oder mit den Lawridern, ja, ich glaube Lawriders, ich weiß es nicht, so, zumindest, ähm, machen wir dann halt Beschleunigungsrennen und sowas, ähm, wir fahren durch die Stadt, wir machen halt, wir stellen die halt cool hin, schießen coole Fotos, und, ja, und dann müsst ihr mir einfach eine Freundesanfrage senden, dann könnt ihr mitmachen, aber wir machen das halt nur mit Lawrider und, äh, ja, ja, und dann ist noch, ähm, wie ihr bestimmt bemerkt habt, ich hab jetzt noch einen Partnerkanal auf, äh, ja, auf meiner Website, also, ja, auf meiner YouTube-Seite und, ähm, ja, das ist jetzt ein Kumpel von mir, der, das ist jetzt mein Partnerkanal und, ja, der will jetzt demnächst auch mal so ein paar Zusammenschnitte hochladen und ihr könnt ja mal bei ihm reinschauen, er würde sich freuen, ähm, bisher kann er noch nichts machen, ja, aber, ich denke mal, so in ein, zwei Wochen wird da schon was kommen und, ja, wenn ihr noch Fragen habt, ihr könnt meiner Crew beitreten, ihr könnt meinem, äh, Stream zugucken, mach ich jetzt eigentlich jedes Wochenende, ja, ihr könnt auf meine Social Club Website, ihr könnt auf meine Website und, ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao Leute. Bis zum nächsten Mal.